Dass ich halt immer diejenige war mit Bauchschmerzen, mit Krämpfen und ich wusste nicht, woran das lag. Ich war dann auch beim Arzt und wurde quasi auch einmal komplett durchgecheckt, alles wirklich auf den Kopf gestellt. Hallo ihr Lieben, hier ist Matthias von der Praxis Family Academy und heute mal etwas anderes vom Setting. Und zwar habe ich tatsächlich hier die liebe Sandra und wir waren eben im Gespräch und es ging tatsächlich mit ihr exakt um die Themen, die uns im Moment wichtig sind. Und ja, wir haben ja gesagt, als wir uns unterhalten haben, wir müssen das einfach mal aufnehmen, weil das ist für jeden irgendwie wichtig. Hallo Sandra. Hi, schön, dass ich hier sein darf. Gerne. Erzähl mal ganz kurz, wer du bist oder was es bei dir ging. Ja, also ich bin Sandra und ich hatte ganz lange Darmprobleme. Bei mir fing das 2020 an mit dem Darm, dass ich immer wieder Durchfälle hatte. Teilweise irgendwie, wenn morgens 8 Uhr oder 9 Uhr war, war ich schon 13 Mal auf dem Klo, weil ich einfach so gestresst war von allem und generell einfach da die Probleme hatte, den ganzen Tag eigentlich Bauchschmerzen zu haben, war bei mir normal. Ich wusste immer schon, in welcher Mall oder egal wo ich war, ich wusste immer, da ist ein Klo. Ich wusste schon, okay, zu den Freunden gehe ich jetzt vielleicht nicht oder ich habe mich eher zurückgezogen, weil ich nicht mehr rausgehen wollte, weil es einfach so unangenehm war, dass ich halt immer diejenige war mit Bauchschmerzen, mit Krämpfen. Und ich wusste nicht, woran das lag. Ich war dann auch beim Arzt und wurde quasi auch einmal komplett durchgecheckt, alles wirklich auf den Kopf gestellt. Ich war auch stationär, habe eine Darmspiegelung bekommen. Und dann hieß es, ja, herzlichen Glückwunsch, du hast eine chronische Darmerkrankung. Und was ich so spannend fand, war, dass mir danach auch nicht wirklich geholfen wurde, sondern es wurde gesagt, hier, nimm dieses Granulat, so ein Granulat, das ich jeden Tag nehmen konnte oder nehmen sollte. Aber mir wurde nicht gesagt, womit hängt das jetzt zusammen? Warum habe ich diese Entzündungen in meinem Darm und wie kann ich diese Entzündungen heilen? Es wurde nur gesagt, hier, nimm das. Und erst, als ich dich kennengelernt habe und mit dir dann in Kontakt getreten bin, habe ich dann gemerkt, okay, warum hat mir eigentlich kein Arzt gesagt, dass Gluten zum Beispiel schlecht ist für den Darm? Ja, tatsächlich. Das heißt, es wurde bei dir viel untersucht und festgestellt, du hast eine chronische Entzündung. Also es wurde irgendwie in Symptomen gefunden und für die Ärzte war es dann schon okay. Es wurde dann also ein Symptommanagement gemacht mit Medikamenten, um einfach diese Entzündung runterzudrücken. Dazu ist vielleicht wichtig zu wissen, eine Entzündung ist eigentlich nur ein Alarmsignal vom Immunsystem, dass hier etwas nicht stimmt. Hier ist etwas nicht in Ordnung. Es ist wie, wenn du dir einen Stachel in die Hand reinrammst, dann entsteht an der Stelle eine Entzündung. Es macht jetzt gar keinen Sinn, an dieser Entzündung zu arbeiten, sondern man muss am Stachel arbeiten. Ist doch jedem einleuchtend. Warum wird das in der Schulmedizin immer noch nicht wirklich ausreichend gemacht? Warum? Weil sie es nicht besser wissen. Sie lernen es nicht richtig und sie wissen es nicht so gut. Und das ist die größte Schwierigkeit, vor der wir immer stehen und was wir natürlich für uns mit der Regulationsmedizin direkt gefunden haben und wirklich in kurzer Zeit rausfinden, was gebraucht wird. Und wie geht es dir jetzt, wenn du das Gluten weglässt? Also jetzt geht es mir auf jeden Fall deutlich besser, weil ja nicht nur das Gluten, sondern auch die Milchprodukte und der Zucker. Das alles zu reduzieren, hat mir auf jeden Fall geholfen. Und was vielleicht auch noch spannend ist, bei mir war es ja am Anfang schlechter erst, als wir angefangen haben zusammenzuarbeiten. Als ich zu dir gekommen und gesagt habe, Mensch, irgendwie wird es gerade wieder schlimmer. Habe ich gerade den nächsten Schub oder was ist hier los? Ja, das ist tatsächlich häufig der Fall. Passiert immer wieder mal, wenn man anfängt aufzuräumen. Ihr kennt das, oder? Wenn ihr den Schrank ausräumt, dann ist erstmal eine Staubwolke da. Es ist erstmal viel Dreck da. Es entsteht ein bisschen Müll, der weggeworfen werden muss. Und so ist es auch mit dem Körper. Das heißt, irgend so ein ungesundes Gleichgewicht, das sich entwickelt hat, weil der Körper versucht immer zu kompensieren. Er versucht immer irgendwie Status Quo wieder herzustellen von alleine. Und dann gibt es so Zustände, wo es einem vermeintlich gut geht, aber nicht richtig gut. Und wenn man jetzt in die Heilung rein will, dann geht es einem kurz mal schlechter. Und dann kommt aber die wirkliche Heilung und das wirkliche Rausgehen aus der Entzündung. Und das ist genau das, was wir immer und immer wieder beobachten. Sehr schön. Danke, dass du das teilst. Das ist total klasse für alle, die vielleicht auch betroffen sind mit dem Thema oder auch mit anderen Darmproblemen. Wir haben all diese Themen, all diese Dinge, die man hier wissen darf, zusammengefasst in ein E-Book, das wir zum Thema Darmgesundheit geschrieben haben. Und das stellen wir euch kostenlos zur Verfügung. Einfach hier unten auf den Link klicken und dann kriegst du es direkt in dein Postfach. Okay, du hast mir vorhin noch Fragen gestellt, die wirklich spannend waren. Was war das nochmal? Was mich auf jeden Fall hauptsächlich interessiert hatte, war, warum ist Gluten schädlich oder warum sind auch Milchprodukte schädlich? Was macht das mit dem Darm? Ja, ist sehr interessant. Der Darm ist ja normalerweise eigentlich so ein Allesfresser und kann eigentlich alles vertragen. Aber es gibt bestimmte Dinge, die für den Darm eher schädlich sind. Beim Gluten ist es zum Beispiel so, zum einen ist es einfach nie vorgesehen gewesen, für einen Menschen so viel Gluten zu essen, wie wir das im Moment tun. Und Gluten ist so ein kleines Protein. Und dieses Protein sorgt dafür, dass der Darm unter Umständen reagiert. Es gibt ein paar wenige, die haben keine Reaktion. Es gibt die schlimme Möglichkeit, das ist die Zöliakie. Das merkt man sofort. Die lassen auch freiwillig Gluten weg, weil die schlimme Schmerzen kriegen, wenn die Gluten essen. Aber dann gibt es genau eine Riesenmasse an Menschen. Ich meine wirklich riesig. Das sind 60, 70 Prozent der Menschheit verträgt Gluten in der Menge nicht, in der wir es essen. Das heißt, wenn man hin und wieder mal irgendwo ein bisschen Brötchen hat oder so, ist egal. Aber hat man täglich Gluten, morgens, mittags, abends, ja Nudeln, Pasta, Pizza, Brot, Müsli, Schokoriegel, es ist Kuchen, Kekse, es ist überall Gluten drin. Dann kann es sein, dass das Gluten einfach irgendwann den Darm so reizt. Es gibt eine sogenannte stille Entzündung und dass der Darm, das Darmimmunsystem, Antikörper gebildet werden. Es werden Entzündungsstoffe gebildet, die werden über die Nerven und über das Blutsystem im ganzen Körper verteilt und reizen dann andere Stellen, wie die Gelenke, Schilddrüse. Es kann Hashimoto entstehen dadurch oder ganz andere Autoimmunerkrankungen, natürlich auch Darm-Autoimmunerkrankungen, also wie Morbus Crohn zum Beispiel. Und das ist ein Riesenthema, da wird so wenig drüber gesprochen, es gibt auch keine richtigen Blutwerte dazu, ist einfach schwer festzustellen. Aber wir haben hier den größten Lösungsschatz für die Betroffenen, die irgendwelche Themen haben mit dem Immunsystem oder mit dem Darm. Und die Milchprodukte, das Besondere hierbei ist, nicht der Milchzucker, wie viele denken, also nicht die Laktoseunverträglichkeit, sondern was hier ganz, ganz im Vordergrund steht, ist das Milchprotein. Das Milchprotein hat die besondere Eigenschaft, dass es als Ganzes erhalten bleiben darf. Das ist wegen der Stillzeit. In der Stillzeit ist es so, dass wir unser Immunsystem von der Mutter mitkriegen. Das ist so, dass in dem ersten Jahr durch die Milchproteine quasi Antikörper von der Mutter mittransportiert werden in unseren Körper. Und deswegen braucht der Darm oder darf der Darm die Milchproteine nicht in Aminosäuren zersetzen, sondern lässt die als Ganzes durch die Darmwand durchschlupfen ins Lymphsystem rein. Lymphsystem vom kleinen Zeh bis zum Ohrläppchen ist die ganze Flüssigkeit, in der die ganzen Organe schwimmen quasi. Und da kommen dann die Milchproteine hin. Dieser Prozess bleibt erhalten, wenn wir erwachsen sind. Und dieser Prozess funktioniert dummerweise auch mit artfremder Milch, also mit Kuhmilch oder mit Schafsmilch. Und diese ganze Milch kommt dann ins Lymphsystem rein. Es sind Proteine. Unser Immunsystem muss die scannen und muss dann gucken, Freund oder Feind. Und wenn es eben feindlich ist, dann wird es angegriffen und beschäftigt ständig das Immunsystem. Der Körper verklebt, verschleimt, verschlackt. Und es gibt viele Probleme. Und deswegen ist es eins der Haupttrigger für Autoimmunerkrankungen, egal ob im Darm oder sonst wo im Körper, Gluten, Milchprodukte. Das ist es, was viele, viele unterschätzen und nicht wissen. Am besten meiden und dann hat man die Probleme nicht mehr. Und woran würde man das merken? Also woran würde jetzt ein normaler Mensch, der jetzt vielleicht nicht so wie ich, den ganzen Tag lang nur Durchfall hat, woran würde man das sonst noch merken? Also ein ganz klassisches Ding bei der Glutenunverträglichkeit ist so eine chronische Müdigkeit. Wenn man so eine latente Erschöpfung hat, es gibt sogar Studien dazu, die zeigen, wenn man das Gluten isst, dass man nach einer gewissen Zeit, so nach 72 Stunden, manchmal 36 Stunden schon danach, kriegt man so eine latente Depression. Und das ist für uns aber in unserer Gesellschaft was, wo wir sagen, ja, ist normal, ist ja so, ist anstrengender Alltag, ich habe viel Stress auf der Arbeit und so, ich bin einfach ein bisschen müde. Aber das muss man nicht sein. Man kann auch volle Energie haben, trotz stressiger Arbeit, wenn der Darm in Ordnung ist. Und daran kann man es unter anderem auch merken. Und hast du vielleicht abschließend noch so drei Tipps, die man beachten kann, außer jetzt Gluten und Milchprodukte zu meiden? Gibt es noch irgendwas, wenn jetzt jemand gerade hier zuhört und gerade am Anfang steht, was er jetzt sofort noch umsetzen kann? Also das eine ist tatsächlich Milchprodukte Gluten meiden. Das andere ist aber auch zu schauen, dass man Nahrungsmittel isst, die wirklich in der Natur wachsen. Also diese ganze Processed Food, alles was in Tüten ist, was man aufreißen kann oder reinstopfen kann, das ist in der Regel schlecht. Man braucht am besten frisches, echtes Essen. Es heißt nicht, dass man jetzt nur noch Rohkost essen soll, das ist auch nicht richtig. Aber man sollte Essen essen, das wirklich möglichst unverarbeitet ist und wenn es verarbeitet wird, dann schonend. Und dann auch nicht totwürzen mit Maggi oder so, sondern wenn man Gewürze nutzt, dann echte Kräuter nutzen. Weil das sind alles Sachen, die da drin sind, die dem Körper wirklich maximal gut tun. Und eine Sache ist eben noch wichtig, möglichst viel Bio, weil diese ganzen Pestizide und Herbizide, die verwendet werden, kommen in den Darm rein und schaden dem Mikrobiom auch maximal. Der Glyphosat, allen voran, sorgt dafür, dass das ganze Mikrobiom sich verändert und plötzlich gegen mich arbeitet, nicht für mich arbeitet. Und da sollte man auch schauen, dass man möglichst wenig von abbekommt. Ja, und da ist mir dann doch noch eine Frage eingefallen. Wie stehst du zum Thema vegane Ernährung? Ist Fleisch für den Darm in Ordnung oder sollte man sich vegan ernähren? Wie siehst du das? Das ist eine spannende Frage. Man muss dazu wissen, auch da, wir vertragen Fleisch, wir können Fleisch essen. Die große Frage, die sich stellt, ist, was ist auf Dauer gesehen und in welcher Menge für uns gesund? Wenn jetzt jemand hin und wieder mal ein kleines Stück Fleisch hat, ist es wahrscheinlich völlig egal. Wenn man aber schaut, was ist unserer Genetik entsprechend, was sind wir für Wesen, dann sind wir den Primaten eher nahe, also den Gorillas, den Schimpansen. Und dann ist es eher so, dass wir pflanzliche Koste essen sollten, hin und wieder mal ein Ei, hin und wieder mal ein Insekt. Machen wir nicht, aber machen die Primaten. Und dann ist eigentlich das beste Level da für unsere Gesundheit. Wenn wir regelmäßig Fleisch essen, Wurst und diese ganzen tierischen Lebensmittel, dann verändert sich unser Mikrobiom. Diese Darmbakterien verändern sich dann, werden zu Fleischfressern und arbeiten dann auch nicht mehr für uns. Die arbeiten dann eher gegen uns, die werden eher schädlich. Und wenn wir gute pflanzliche Nährstoffe essen, ja gute Proteine, Hülsenfrüchte, Kräuter etc., dann ist es so, dass die für uns arbeiten und wir den maximalen Zugewinn haben. Das Krebsrisiko halten wir dann tief, wir übersäuern den Körper nicht dadurch, wir halten unser Insulinlevel niedrig genug. Also all diese Dinge sind Benefits. Aber nochmal, das heißt jetzt nicht, dass man wie ein Verrückter durch die Gegend rennen sollte und missionieren sollte zum veganen Leben. Darum geht es gar nicht. Es geht wirklich um die Gesundheit. Und hier ist die Dosis des Gift. Super, danke. Ja, danke, dass du da warst heute und dich wirklich hier geöffnet hast und deine Fragen gestellt hast. Das ist so wertvoll für alle, die jetzt gerade zuhören. Und wenn du hier vielleicht noch eine Frage hast oder mehr wissen willst, einfach unten rein in die Kommentare schreiben. Und wenn du tatsächlich Bock hast, hier wirklich tiefer einzusteigen, hol dir unser E-Book. Wir haben den Link hier verlinkt. Es ist kostenlos. Kein Sheet, kein Scheiß, keine versteckten Kosten. Kriegst es einfach über 40 Seiten, genialer Content. Nur für dich aufbereitet.